Ja ich habe ja die Perseiden leider gar nicht sehen können. Entweder war es ein bisschen zu trüb am Himmel oder jedenfalls habe ich keine gesehen. Aber aufgenommen habe ich ganz viele beziehungsweise automatisch habe ich die aufgenommen mit dem Scanner Recorder den ich euch schon vorgestellt hatte. So und dann habe ich gedacht damit es nicht so langweilig ist nur so ein bisschen gepfeife ist ja auch nicht so interessant dann mache ich euch wenigstens so eine kleine Lichtshow dazu und los geht's. So Vielen Dank. 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 Vielen Dank.